Stressig. Ich habe viele Spiele mit Norwegen gesehen und habe nur wenig geschlafen, aber so ist es. Wir möchten gerne ein gutes Spiel morgen machen und deshalb brauchen wir eine Strategie und das habe ich die Nacht dazu gebracht. Auch ein bisschen müde, aber jetzt haben wir drei Stunden im Bus und vielleicht können Sie auch da ein bisschen schlafen und dann essen wir ein bisschen, machen unser Taktik und ein bisschen Training und ja, morgen geht es los. Wir haben eine Chance, aber wir sollen gegen Norwegen spielen und das ist überhaupt nicht einfach. Aber ich denke, können wir wie die zweite Halbzeit gegen Hoja spielen, dann haben wir natürlich eine gute Chance und wir haben ein gutes Gefühl.